Wenn man sich für eine Brustverkleinerung aus welchen Gründen auch immer entscheidet, heißt das, ich muss gleichzeitig auch straffen oder geht das auch eventuell ohne eine Straffung vonstatten? Also ich würde niemals eine Brustverkleinerung ohne eine Straffung machen. Es geht ja auch immer um die ästhetische Form der Brust. Was passiert bei einer zu großen Brust? Das Brustdrüsengewebe, was zu viel ist, rutscht durch das starke Gewicht in die beiden unteren Quadranten der Brust und dadurch hängt die Brust. Das heißt also, wenn ich hier Material nur entfernen würde, also sprich Drüsenkörper entferne, habe ich kein ästhetisches Outcome. Das heißt, ich mache immer eine Straffung dazu in Kombination, um eine jugendliche straffe Form zu implementieren. Ich sage immer eine Brust, um eine jugendliche, apfelförmige Brust zu erreichen. Eine Brust würde ja aussehen wie eine Torte und das sozusagen das Brustdrüsengewebe in die vier Quadranten wieder verteilt ist und nicht nur in den zwei Quadranten hängt. Die Gravitation wirkt sowieso ein Leben lang und wird nie da oben stehen bleiben. Und deshalb geht es natürlich erstmal darum, das so optimal wie möglich zu gestalten. Aber man muss nicht immer auch einen Aufbau mit Implantaten machen. Das heißt, oftmals reicht es auch aus, eine Verkleinerung zu machen, ohne Implantate nutzen zu müssen. Also wenn man genug Drüsengewebe hat und eine Verkleinerung braucht, dann braucht man in der geübten Hand des plastischen Chirurgen niemals ein Implantat. Ein Implantat brauche ich nur, wenn zu wenig Drüsengewebe vorhanden ist, um das Ganze in eine wohlgeformte Brust zu verwandeln. Aber wenn genug Drüsengewebe da ist, dann ist ein guter plastischer Chirurg dazu in der Lage, das hübsch zu machen.